Hallo, ich bin Martin von Money Man Keys, das ist die DAX-Analyse für nun Montag den 13.05.2024 und unser DAX, ja, hat wieder mal eine sonnige Aussicht vor sich. Der eine oder andere erinnert sich zurück. Am letzten Wochenende hatten wir auch die Analyse mit sonnigem Ausblick drin, mit dem Bild der möglicherweise aufgehenden Sonne. Da stand man doch bei 18.34, schon erschreckend, wie deutlich wir doch die Woche dann vom Fleck gekommen sind. Also hat er wirklich die komplette Woche durchgezogen, das muss man ja mal sagen. Da hat er sich mal richtig Mühe gegeben, hat er gut gemacht. Ist aber wirklich ein paar Meter vorwärts gekommen und hat sich hier ordentlich rausgetreten. Und zum Freitag speziell hatten wir gesagt, in der letzten Analyse stand man ja noch bei 7.20, hatten gesagt, zum Freitag könnte ich mir vorstellen, dass er hier weiter hocharbeitet, weiter Richtung 18.8, weiter Richtung 18.8, 82, dass er insbesondere die 82 eben erreichen könne, wenn er sich zum Beginn auf der 700 nochmal einen Schwung holt. Jetzt sieht es hier so aus, wie als war er an der 700, aber ich glaube, der war doch gar nicht dran, oder? Das ist doch wieder bloß so ein Xetra-Fehler gewesen hier zur neuen Ohröffnung. Ich gucke aber mal ganz schnell trotzdem drauf, nicht, dass ich einen Quatsch erzähle. Sollte er doch bei 700 früh gewesen sein, würde das natürlich ein bisschen was ändern, aber war er nicht. Nee, war er nicht, das stimmt hier nicht. Da gab es wieder so einen Xetra-Aussprung, ein kleines Xetra-Sprung, so dass das aussieht, als hat er hier unten reingestochen, 700 bedient und dann hoch, weil er wäre wirklich bei 700 richtig gewesen und nicht bloß zur Xetra-Eröffnung, da mit einem kurzen Datenfehler unten eingepreist worden. Dann hätten wir auch die 2.8 oder die 2.8, Mensch, ich kriege es nicht hin, schon am Freitag mit gescheitert. 8.82, 18.8, 82 ist aber auch eine komische Zahl. Die hätte er dann nämlich geschafft, wenn er vorher den Schwung eben richtig noch ausgeholt hätte, hat er nicht gemacht, dadurch ging es dann hier oben ein bisschen deutlich an die Bremse, knapp 30 Punkte vorm Ziel. Nun ist er da deutlich schon zurückgegangen, wird sich jetzt im Moment ein bisschen vorsichtiger sein. Sollte man jetzt von der 8.82 dann nicht mehr zu viel erwarten, kann auch sein, dass wir die Linie einfach runterziehen müssen auf das Hoch und das war es jetzt. So kleine Fehlertoleranzen müssen wir da auf dem Niveau einplanen und 30 Punkte ist auf die Bewegungsstrecke dann auch egal. Auch wenn es natürlich dazu geführt hat, dass der eine oder andere vielleicht nicht long rausgekommen ist oder nicht in den Short reingekommen ist, das ist mir bewusst, aber rein von der Betrachtung für die Zukunft, dann wie gehen wir künftig damit um, wenn der Mark von oben kommt, ist mir dann eben das hochwichtiger, als dann die 82, wenn sie jetzt hochzudurch laufen wird. Darum geht es. Also wir müssten dann die Linie anpassen, das runterziehen und damit leben, dass der Dachs dann einfach ein bisschen eher davor gedreht ist, wenn er jetzt zum Montag auftritt. Er hätte gute Karten aufzudrehen, denn wir haben im Tagesschau, das ist ein grüne Tagskerze geworden, er hat hochgeschlossen, auch wenn die Stimmung, glaube ich, am Freitag ganz schön im Keller war, weil alle, der ist ja hochgerannt und dann haben alle angefangen long zu handeln, als hier die ersten Bewegungen runterkamen und dann ist aber nichts mehr gekommen. Dann sind alle wahrscheinlich so ein bisschen enttäuscht gewesen, weil sie sich einfach erwartet oder erhofft haben, dass er dann eben auch sehr, sehr hoch schließt und bis zur letzten Minute durchsieht. Das hat er nicht getan. Er hat sich dann gut stabilisiert und das sieht doch gut aus, wie erst wird er hoch drehen. Ich glaube, er hat am Freitag nicht viele glücklich gemacht, dann am Nachmittag, die dann eben noch darauf spekuliert hatten, dass er zum Schluss eben hoch schließt. Jetzt gucken wir kurz auf den Tagesschart. Wir haben den Schluss über die 800 nicht ganz hingekriegt, das hätte ich noch erwartet, tut dem aber trotzdem nichts ab. Wir sind noch immer aus dem Band raus, das heißt, er hätte die Möglichkeit, auch am Montag weiter aus dem Band rauszusteigen. 700 wäre das obere Band, das heißt, er dürfte sogar die 700 noch abarbeiten. Er dürfte zum Start am Montag 27, 700 anstoßen, sich wieder hoch drehen, wäre vollkommen okay. Müsste sogar nicht mal Montag nach 82 voll machen, könnte dann Dienstag machen. Heißt auf Deutsch, wenn wir schwächer rein starten und er macht hier 700, 27, stößt das so ein bisschen an, könnte sogar bis 6,80 ein bisschen Luft geben. Also ich sage mal 27, 6,80, in dem Bereich, wenn er das Montag früh anläuft, erschreckt er nicht, wenn das dann ein bisschen schwach aussieht. Er kann aus dem Bereich instant sich aufdrehen, dann wieder hochdrücken, Gap zu machen und zur Seite liegen bleiben und dann macht er am Dienstag ein neues Allzeithoch drüber. Das wäre denkbar. Das, die Erwartungshaltung sollte aber direkt nach oben rausschieben, spricht aber auch überhaupt nichts dagegen, da einfach weiterzumachen. 8,82, ich würde dann ein bisschen mehr erwarten, ich würde gar nicht mehr so viel Wert auf die 8,82 jetzt legen, könnte mir gut vorstellen, dass wir schon die 929 vielleicht anlaufen und dann ist darüber die 19.000 das Maß aller Dinge. Also da gehen jetzt die Augen drauf, da sitzen die ganzen Redakteure jetzt schon da, schreiben schon ihre Beiträge, DAX endlich bei 19.000, warten nur drauf, dass sie endlich auf Senden klicken können. Ja, das ist der Bereich, der kriegt dann da oben jetzt Fokus. Ja, und dann sollten wir auch ein bisschen genauer hingucken. Da kommen auch einige größere, übergeordnete Ziele zueinander. Wir haben uns heute auch im Webinar viel Zeit genommen, den DAX mal von der ganz, ganz großen Ebene auseinanderzunehmen, nochmal auch die Jahresausbex-Analyse, ich sag mal, wie ein bisschen zu updaten. Das machen wir ja im Premium, da gucken wir ja auf den DAX im kleineren, als auch im größeren Zeitfenster. Nicht bloß immer für die Tagesvorschau für den nächsten Tag, wie es hier quasi geschenkt gibt, auf dem YouTube-Kanal. Da haben wir ja schon eigentlich schon immer so gehabt, eine Handhab. Da haben wir heute auch drauf geguckt und nochmal durchgekaut, wo, wie, was da oben alles zueinander kommt. Und das ist schon dicke, super. Die zwischen 19.000 und man könnte so sagen, 19.250 dann so zusammenkommt. Ja, das ist allerhand, was da an Projektionsdien irgendwie reinfließt. Und von daher sollte es ein sehr interessanter Bereich sein, aber eben auch eine gewisse Anziehungskraft jetzt auszuschreien. Ja, also insbesondere, wenn er weiter steigt, spricht überhaupt nichts dagegen, hier das noch glatt zu machen. Ich traue der Woche nicht ganz so viel zu, wie jetzt der letzten Woche. Man sieht es sehr häufig, wenn der DAX so eine komplette Trendwoche macht, dass er oft auch eine komplette Zeitwärtswoche da erstmal nachlegt. Da muss man ein bisschen gucken, wie er so reinkommt, wie er sich verhält. Auch wie sollte er 27.700 andütschen? Wie kommt er da raus? Schafft er dann auch direkt den Gap-Close? Wird das eher ein Rumgeeier? Wird das Rumgelunger? Und sollte er gar nicht überhaupt aus der 27.680 nach oben zuckern, hätten wir tatsächlich dann auch den nächsten Supportbereich erst näher, schon deutlicher unter der 18.600. Also da würde ich schon eher auf 18.560, 18.530 anzielen. Ja, also wenn die 6.80 hier oben fällt, 6.70, 6.80, ja, irgendwo so da, würde ich, ich weiß nicht, Punktgenau festlegen, aber ihr werdet das dann sehen, wenn er dann drunter ist, dann ist er bei 600, hat er keine Ahnung, läuft von oben wieder, läuft wieder nach oben ran, stößt sich von 6.70, 6.80, dann wieder nach unten weg, dann geht er hier auf weitere Tiefs, und dann kann er durchaus bis 5.60, 5.30 schon mal gehen. Das wäre gar nicht so unüblich, würde aber auch dort mit der Stabilisierung rechnen, denn Trend ist aufwärts, übergeordnet, alle, alle Trends sind aufwärts momentan, wir haben keinen intakten Abwärtstrend, und dann macht es der Markt einfach oft so, dass er, wenn er mal ein bisschen zurückkommt, dann trotzdem immer erstmal nach oben rennt. Selbst wenn es eine größere Korrektur wird, ist er am Anfang immer ganz schön gewirke und zäh, und wird immer wieder zurückgestoßen und so, von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass wir aus dem Bereich, wenn der Obere hier nicht hält, wahrscheinlich hält der Obere, aber wenn er nicht hält, wäre das dann die nächste Station, und wenn er hier oben hält, oder sich sogar direkt weiter dreht, dann rechne ich eigentlich mit 9.20, 9.100 am Montag, und dann geht der Fokus gegen Mitte der Woche Richtung 19.000. Ja, das ist soweit. Ansonsten, nochmal zur Erinnerung, es sind jetzt nur noch knapp sechs Wochen bis zum Seminar, ja, wer noch nicht, nicht, sich aus dem Puschen gekommen ist, ihr könnt euch noch, wir haben noch freie Plätze, könnt euch noch melden, auch wenn es langsam weniger wird, ich nehme mir jetzt auch wirklich nochmal Zeit, mache nochmal, die Mails fertig, ich glaube, das habe ich die letzten zwei Webinare schon versprochen, die sitzen immer noch ein paar und warten drauf, also nicht wundern, wer mir schon was geschrieben hat, das ist angekommen, definitiv, habe die Plätze dann auch geistig schon mal weggeblockt, die sind also zugesichert, sofern diejenigen ja gesagt haben, ihr kriegt dann von mir noch die Mail, ich hoffe, wir schaffen das, wollen jetzt noch kurz in den Tierpark her, schönes Wetter draußen, Omas zu Besuch, und danach mache ich das dann alles fertig, deswegen die Analyse jetzt auch schon mal früh, um mir abends ein bisschen Luft zu schaffen, Webinar heute, da ist der ganze Sonntag draufgegangen, aber dann muss ich mir jetzt auch mal kurz die Zeit nehmen, hier mit der Familie ein bisschen Schweinchen gucken und Hasen gucken und Enten gucken und sowas und dann, ja, dann setze ich mich heute Abend noch an, mache die Mails fertig und dann sind wir da alle fein. Wer noch interessiert, wie gesagt, Ende Juni, letzte Woche Ende in Frankfurt, zwei Tage, komplett alles, Vollesprogramm, von A bis Z am Anfang, also es ist auch wirklich für Anfänger, es ist für Fortgeschrittenen, da kann jeder was mitnehmen, die Fortgeschrittenen, die wird eher mehr interessieren, wie ich vielleicht Ziele herleite, wie ich selber trade, das gucken wir eher am Sonntag dann auch drauf, ja, insbesondere auch die Techniken, so wie man diese Fehler aus, viele kennen ja diese technische Basis, sind aber furchtbarer Trader, weil sie einfach ihre Fehler nicht in den Griff kriegen, das ist so eher das Sonntagsprogramm, das Samstagsprogramm ist eher diese eigentliche Analyse, wie ermittlicht ich Ziele, wo weiß ich, wo ich einsteige, wo weiß ich, wo weiß ich die Linien ziehe, wie arbeite ich mit einem Chart überhaupt, manche haben auch im Seminar sitzen, die haben noch nie mit einem Chart zu dem Zeitpunkt gearbeitet, das gucken wir uns von vornherein an, damit wir da alle gerade sind und wie gesagt, Sonntag geht es dann ein bisschen ins tiefere Detail rein, ja, in die Psychologie, ein bisschen diese Fehler, die jeder hat, ja, dieses Gekitzel, dass man Stops schieben will, rausnimmt, Positionen zu groß machen will und da gibt es überall kleine Tricks, wenn man das in den Griff kriegt, gucken wir uns da an und Samstag das andere. Wer Interesse hat, ihr kennt die E-Mail-Adresse, seminar.atmoney-monkeys.com, könnt ihr euch noch anmelden, Infos einholen, dann können wir alles weitere dort machen und dann mache ich hier zu, wünsche euch viel Erfolg, schönen Sonntag noch, schönes Wetter, macht euch raus, hier nicht vorm Computer sitzen wie ich, das ist nicht empfehlenswert und dann hören wir uns, morgen wieder, bis dahin, Tschüss.